Seit 33 Jahren gibt es diese Show. 33 Jahre wurde diese Show nie geschlossen. Die Pandemie und ein kleiner Virus hat es geschafft. 566 Tage ist es her, als wir hier die letzte Vorstellung vor dem ersten Lockdown gespielt haben. 566 Tage. Aber wir sind zurück. Mit dem gleichen Alarm, mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Hingabe, die wir immer vor unser Publikum empfunden haben. Besonders die Cast, aber auch die Musiker und Musikerinnen, die Angestellten, die hinter und vor der Bühne arbeiten. Und nun, auf die Gleise! So go for it and good luck. Mit den ganzen Kostümen und so, es ist schon echt cool. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, zu gucken, zu schauen und auch zu wissen, dass ich ein kleines Teil davon jetzt wieder bin. Ja, ich bin ja immer noch bei dem amerikanischen Zug. Also ich bin Team Dampflog, ganz klar. Als ich gesehen habe, möchtest du zur Starlight-Premiere? Wieso? Auf jeden Fall. Soll ich mit Rollschuhen kommen, in Kostümen? Wie soll ich's machen? Ich bin nicht feliz. Starlight Express. Starlight Express. Wo bist du? Hörst du mich? Starlight Express. 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 Da kommt man ja nicht vorbei. Der kommt und sagt, ach, Herz geht auf und toll. Ich würde sowas von wiederkommen. Here we are, back and I hope it's successful as ever. Fantastisch, spektakulär und vor allem überwältigend. Untertitelung des ZDF, 2020